Hallo und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir, Eddy. Heute spielen wir mal wieder Super Mario Maker Online. Und wir spielen Spooky Shack von Hyrulean. Mach mal los. Ja, ähm, spielen. Spooky Shack von Hyrulean. Hyrulean ist deutsch. Hm, genau so wie ich. Hm, was muss man hier denn genau machen? Alter, die Bahn, die Bahn. Was waren die Ranken? Ach so. Oh nein. Was ist hier denn los? Hm. Schön. Was das mit den Knochenbaden ist schon ein cooles Design. Oh mein Gott. Wenn ich jetzt draufgehe. Wow. Sterni-Stern. Und Neustadt. Oh, ich bin heute auch wieder so blöd. Und falls ihr die letzten Parts noch nicht geschaut habt, die sind in der Beschreibung, ähm, in der Beschreibung. Also die stehen in der Beschreibung, die Adresse. Oder schaut doch einfach, ähm, auf die, ähm, also, ähm, schaut doch einfach bei den Playlist vorbei, die ich gemacht habe. Und heute werde ich vielleicht noch ein Video hochladen, und zwar, ähm, spazieren mit Snoopy. Falls es heute, ähm, schön wird, weil, äh, grad sieht es nicht so aus. Oh mein Gott, das war gut. Oder auch nicht. Mann, was? Oh. Nein. Nein. Ach, verdammt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, diese dumme Manscher. Dankeschön für den Pelz. Ich hoffe, euch gefällt's. Also, ähm. Tut mir leid, dass ich in letzter Zeit nicht so viel aktiv war. Und Lemmy auch nicht. Ganz saft. Weil wir hatten da... Probleme ein bisschen. Bäh, stirb. Sieht man nicht so richtig. Das ist dumm. Checkpoint, vergesse ich nicht. Ist denn da oben, ist da oben was? Oh ja, da sehe ich oben was. Nein. Nein, nicht so vorne. Ich bin heute wieder so ein Schleher. Echt? Warte mal. Tut mir leid, wenn ich den kleinen Cut. Wow. Nein. Feuerblumen nehme ich. Amra ist untergegangen. Stirb. 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 Wow. 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 Nein. Wie kann das sein, dass ich jetzt gerade so schlecht bin? Und ich habe gerade auch Neustarten gedrückt. Das ist schon ein cooles Design eigentlich auch. Und eine coole Idee. Aber... So viel Gefahren auf einmal zu setzen. Wow. Mann, was war das denn? Dann gehe ich mal. Rein in die Röhre. Pilz. Okay. Docken. Sprengen. Nein. Nicht Neustart. Oh nein. Ich bin nicht so dumm. Nein. Wow. Nein. Pilz. Pilz. Schön. Und was soll ich jetzt tun? Ey, wir machen die... Wow. Hm. Ab in die Tür. Nee. Powerblock-Jumping. Also, ich nenne das immer Powerjump Äh, Power Noteblockjumping Falls man halt auf Notenlücke springen muss Pilzi gehört mir Ist da oben was? Ich seh da oben Achso, das ist nur das Design Ich dachte schon Nein, ich verkacke diesmal nicht Ich verkacke nicht Meine Der hat ja Aber auch immer coole Ideen Der Hyrulean Special thanks An Hyrulean Oh, ja, eigentlich bin ich weiter Wow, wow, wow 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 Warte, da war irgendwas Habt ihr gesehen? Hier ist eine Hä? Vor allem hier rote München Konne auch noch Meins kann ich das Secret nicht machen Wow, alter Wie gut war War das denn bitte? Oh nein Ich spring einfach durch Roten München hab ich jetzt Nicht geschnallt, wo die sind Na egal Auf jeden Fall Cooles Design Und coole Level Idee Mit den ganzen Buchhus Ja Dann würde ich sagen Level beendet Wenn ihr dieses Level auch zocken wollt Dann gebt doch einfach ein 5E47 0000 0306 DCC6 Und dann Gebt ihr die Idee ein Und schon habt ihr dieses Level Okay Ähm Ja Dann würde ich sagen Bis denn Bis denn Vielen Dank.